Wird der nicht killen? Das ist mein Sniper, okay? Nicht killen. Vielen Dank. Yeah, was geht, Digga? Wieder am snipen, ha? Ey, kill den. Was ist das, dein Teammate? Das tut mir aber leid. Hier, nimm das. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. Ernsthaft? Alter Schwede, ist der dumm. Ich hab noch nie so einen dummen Sniper gesehen. Ernsthaft nicht. Guten Tag, meine positiven Freunde. Mein Name ist Lotte Danny Und willkommen zu einem neuten Video von mir. Mit einem neuten Teil von Road to Commander. Im letzten Part sind wir bis zu Level 32 gekommen, was ziemlich geil ist. Und ich hab eine kleine Überraschung, denn wir haben jetzt eine neue Tarnung. Denn die nennt sich hier. Ich zeig euch die mal. Die Kawaii Tarnung. Eine wirklich extrem geile Tarnung. Dann hab ich mir noch Party Rock geholt. Ich hol mir wahrscheinlich nächstes Mal Aqua. Sieht auch ziemlich geil aus, finde ich. Und das ist sowieso die beste Tarnung hier, die grüne. Allerdings das Problem ist, diese Tarnung hat echt jeder. Und das pisst mich immer an. Deswegen, ich hab nicht gerne Sachen, die jeder hat. Und ähm... Genau. Gut. Lass uns erstmal in ein Team-Daffeln schreien gehen und versuchen, mein Team wieder zu carryen. Weil die sind nicht in der Lage sind, alleine zu gewinnen. Und auf welchem halb spielen wir? Auf Slumski. Wir spielen auf Slumski. Auf Slumski. 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 Auf Slumski. Hey, haltet ihr Leute fest in alle in der Lobby. So. Yeah. Die Boss-Tarnung. Yo, was will die mir jemand antun, Alter, mit dieser Tarnung? Bin ich unschlagbar. Übrigens, was ich erwähnen wollte, mein Headset, ne? Also, ich mag das Headset nicht so ganz. Alter, könnt ihr einfach bitte ruhig sein. Danke. Also, ich mag das Headset zwar nicht so ganz, ne? Aber ich muss sagen, dass dieses Headset, äh, einfach... Ich hab die Batterie nicht einmal gewechselt. Da ist eine Batterie drin. Ich hab die nicht einmal gewechselt und die hält einfach 20.000 Jahre, Alter. Wo sind die? Wo sind die? Ja, ich geh mal... Ich geh auch noch zum. Der kommt nicht rein. Der kommt nicht rein. Der kommt nicht rein. Oder auch nicht. Die spawnen hinter uns. Die spawnen hinter uns. Die sind alle dort. Alle dort. Alle dort. Oh mein Gott, ich wünsche, ich könnte mit meinem Team kommunizieren. Oh nein. Alter, die Connection. Das war die Schuld. Und wir haben verloren, ja. Äh, das war wirklich die Schuld der Connection, der, äh, der letzte Clips gesehen. Ich hab auf ihn geschossen zuerst und die Kugeln haben nicht getroffen. Okay, auf jeden Fall die... Yeah! Bosshaft, Alter. Nice. Killcam. Auf jeden Fall eine super coole Killcam, muss ich sagen, ne? Die beste, die ich jemals mal im Ding gesehen habe. Nicht. Okay, eine KD von 3 zu 0. Eine 3er KD, mal wieder. Bester Spieler ever. So. Ich halt mal, es wird Zeit um die andere KD... Also, die Tarnung ist schon wirklich geil, ne? Versuchen wir mal die andere Tarnung. Das war... Die Party-Rock-Tarnung. Nice, Alter. Sieht aus wie so ein schwuler Löwe oder sowas. Keine Ahnung. Wie das verändern sich alle schwulen Löwens, finde ich. Es gibt sogar schwule Tiere. Wusstet ihr das? Gibt es wirklich? Also, es gibt Tiere, die stehen auf andere Männer. Also, nicht auf Menschen, aber auf andere männliche Tiere. Die sind gay. Homosexuell sind die. So. Ähm... Ja. Dieses Mal auf Stand-Off. Mann hat der ein cooles, äh... Dings da. Das sieht sexy, seht ihr das? Ah, der hat ein cooles Avatar. Oder Emblem, oder wie das heißt. Emblem heißt das, ja. What the fuck? Wie einfach ist los? Nice, Alter. Das sieht, das sieht cool aus. Irgendwie haben... Ah, die sind alle in einem Clan. Ich wusste es. Wow, what the fuck? Wie geil, ey. Das ist Mario auf Drogen. Ah, da waren die Dings da. Ich will nicht keine Schleichwerbung machen, egal. Die Chips-Marke. Das ist witzig, Alter. Okay, wir spielen auf Stand-Off. Stand-Off-Ski. Und wir spielen mit der... Mit der schwulen Tarnung. Und ich heißt, die Tarnung ist so schwul, ne? Nur nie so eine schwule Tarnung gesehen, Alter. Aber... Hat was, oder? Alter, die vollen diese Zebrastreifen da unten sehen geil aus. Alter, diese Connection. What the fuck? Wann gibt es denn nicht einen, äh... einen Host-Wechsel? Ja, endlich, Alter. Gut, zu dem Zeitpunkt, wo ich das sage. Übrigens, das ist mein... Mein, äh... Pass. Ich hab noch keinen deutschen Pass, weil ich noch keine deutsche Staatsangehörigkeit habe. Ich hab noch die italienische. Deswegen hat man immer so ein Buch. Und immer, wenn ich zur Disco geh oder sowas, muss ich immer dieses scheiß Buch mitzahlen. Ohne Scheiß. Immer in meinem Portemonnaie. Oh yeah, Bitches. Jetzt bin ich, äh, Host, hoffentlich. Oder wahrscheinlich nicht, weil ich nur mit Amerikanern spiele. Okay, ich weiß... Die Connection ist wenigstens ein bisschen besser. Also, ihr habt schon gesehen, das lag wirklich an der Connection. Da ist einer. Hast du mich nicht gesehen, du Penner, oder was? Da ist einer, da ist einer. Da sind zwei, da sind 20. Da sind... Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte, Alter. Nächstes Mal versuchst du mich lieber besser zu killen, oder du schubst nochmal. Ich weiß gar nicht, ah... Vielleicht meine Hose sitzt falsch. Meine Unterhose sitzt falsch. Ah! Das war alles nur die Schuld meiner Unterhose. Unterhose. Du musst dich bemühen, da richtig zu sitzen. Und ich weiß, wenn es ungemütlich ist, wenn die Unterhose falsch sitzt, kann ich nicht socken. Nein, Sniper. Der Sniper hat den anderen Sniper eliminiert. Beste Sniper ever. Ey, Junge, was denkst du eigentlich, wer du bist, Alter? Die kommen von rechts, von rechts. Danke für den freien Kill, Digga. Kannst du immer wieder machen. Alter Schwede, ohne Scheiß. Das macht mir echt Spaß, hier in Black Ops 2 zu zocken. Man glaubt es gar nicht, aber ich habe Spaß in Call of Duty. Oh mein Gott. Das wäre auch ziemlich scheiße, wenn ich einen Call of Duty Channel habe. Und ich kann keinen Spaß mehr auf Call of Duty, aber... Dann würde ich, glaube, Vlogger werden. Da ist einer. Aber Autocomander macht immer Spaß. Und man hat immer eine Entschuldigung, wenn man Scheiße spielt. Ich meine, ich habe halt Zeiten, wo ich Scheiße spiele, ne? Ja, was geht's, Digga? Chill mal dein Leben, Alter. Chill mal deine Base. Wisst ihr was? Ich kümmere mich gar nicht um den da hinten. Ich würde mich jetzt... Da ist einer, da ist einer. Kill, kill, kill. Nice, 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 nice. Blitzschlag. Hier spawnen die jetzt alle, Alter. Komm, Multi-Facht-Tötung 2000. Und jetzt. Nein, nein. Genau jetzt. Wetten wird mein Luftschlag keine Wirkung haben. Weil jetzt genau der neue Host natürlich gesucht werden muss. Scheiße, und ich bin kein Host. Der Velgo-Skorpion 9 ist Host. Scheiße. Fuck. Der Chill, der ist eingeschlafen. Mitten im Krieg eingeschlafen, ha? Okay, der kämpft da oben. Wisst ihr was? Wir machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Von diesen komischen Sprüchen, so einen Strich durch die Rechnung. Rechnung. Oh, was geht's? Vielen Dank für den freien Kill. Hast du eine coole Tarnung? Nice. Die Tarnung ist so hässlich, Alter. Aber egal. Wisst ihr was? Ich hab gar keinen Bock auf die Waffe, um ehrlich zu sein. Eigentlich würde ich lieber meine Secondary benutzen, aber gerade keine Lust irgendwie. Wie? Jetzt kommt jemand von hinten. Da ist jemand. Bam. Ich hab wenigstens Tarnung den bekommen. Nice, Alter. Ich pack den einfach mal hier hin. Bestest aiming ever. Alter, dieser Sniper. Das ist eine kleine Missgeburt. Kann das sein? Okay, ich kill ihn jetzt. Der spawnte mich hier. Oh, what the fuck? Das war klar, dass sowas passiert, Alter. Egal. Ich hab wenigstens meine Tarnung wieder zurück. Seht ihr? Jetzt haben wir immer eine Entschuldigung, wenn wir sterben. Dass wir unsere Tarnung zurückkamen. Nice. Mein Heli macht Arbeit. Nice. Ah, wir alle klauen meine Kills hier. Was ist denn los? Oh, da spawnen alle. Die ganze Familie. Danke. Hast du deinem Kumpel nicht Bescheid gesagt, dass ich von hinten komme? Oh, hat er doch. Zu spät. Zu spät. Oh, der spawnt wieder hier. Nice spawn, Alter. Gefällt mir hart hier in dem Spiel. Der kommt jetzt im... Nein, doch nicht. Ich versuche immer vorher zu sagen, wo die erst nächstes spawnen. Aber das klappt meistens irgendwie nicht. Wo sind die? Hier. Okay, ich bin aus. Vielen Dank. Ah, what the fuck? Alle wollen hier Party machen mit mir, Leute. Aber ich bin nicht dazu da, um Party zu machen. Der kommt jetzt hier rein. Oder von da. Oder keine Ahnung von wo. Der Blitzschlag. Nice. Zeigt euch. Oh. Party, 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 Party. Party, Party. Tarn Helikopter. Tarn Helikopter. Vielen Dank. Ey, Sniper, Alter. Was machst du da? Nice. Nice. Versuch's nächstes Mal bitte besser. Nehmen wir mal deine Sniper. Obwohl ich gar keinen Bock habe auf diese Scheiße. Aber YOLO. Heute nehmen wir mal lieber Free auf. Weil ich keinen Bock habe, mit der Sniper zu spielen. Außerdem bin ich mit der Sniper scheiße geworden. Das war damals mal richtig gut mit der Sniper. Muss ich vielleicht wieder üben. Übrigens, wir haben ein Video, was über die Millionen Klicks geknackt hat. Nice. 31, zwei. Easy, locker, flog ich aus der Hüfte. 15er KD. Bam. Okay, ich überlege mir. Ja, ich mache ein neues Spiel. Natürlich. Das Video ist sonst wie zu kurz. Und dieser Typ hat ohne Scheiß das langweiligste Emblem ever, Alter. Ach, dieses Spiel heutzutage. Ich habe mein Team gecarriert. Und es gab nur zwei Gegner im Gegner-Team, weil die Angst hatten dann, gegen mich zu spielen. Kann man aber auch verstehen nach einer Zeit, ey. Dass sie alle danach rausscheuen, Alter. Gut, nicht Magma. Nicht diese Map. Ernsthaft nicht. Meinetwegen wieder Stand-Off. Aber nicht Magma. Ich mag die Map gar nicht. Ich kann die gar nicht ab. Irgendwie, keine Ahnung. Ist nicht so interessant, finde ich. Gut, wechseln wir die Tarnung wieder. Ich habe irgendwie voll Bock auf eine andere Tarnung nochmal. Die Aqua-Tarnung würde ich gerne holen. Wisst ihr was? Eigentlich kann ich hier im Video schon was kaufen. Lass uns mal auf Spaß diese Tarnung hier kaufen. Kauf bestätigen. Aktive Downloads. Okay. Okay, das sollte nicht lange dauern. Weile ich mal ein bisschen. Mach mal schneller. Bitte schneller. Hallo. Keine Sorge, ja. Okay, die sollte jetzt da sein. So, jetzt haben wir die. Okay. Gut, damit werden wir jetzt spielen auf Stand-Off wieder. Endlich, Alter. Da kamen die Leute ein bisschen zur Besündung. Dass sie nicht diese Scheiß-Map spielen sollen. Wir spielen wieder mit der MSMC, weil die Waffe einfach awesome ist. Die beste Waffe, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Nach der Sword natürlich. Ich meine, Swag heißt die ja jetzt. Jo, Mann. Was geht, Alter? Jo, ich kann fliegen. So. Mal sehen, wie die Tarnung hier aussieht. Und sonst geht es euch gut, ha? Wow, Alter, Schwede. Das sieht cool aus, ey. Also ich muss sagen, Black Ops 2 hat die besten Tarnungen, die es gibt. Finde ich persönlich. Sogar besser als die von MW2. Wow, wo seid ihr alle? Wir hätten alles noch voller Sniper. Oh, da sind die alle. Sorry, ich bin da lang gerannt. Jetzt folgt er mir natürlich nicht. Ich dachte, er wäre so dumm, er würde mir folgen. Dann hätte ich eine Chance gegen ihn. Aber so hat er einen extremen Vorteil. Ja, ich wusste, dass er das macht. Oh, nein, nein, nein. Ich wusste, dass der eine kommt. Ich wollte gerade hochgehen, weil ich den auf der Karte gesehen habe. Meine Nase hat gejuckt übrigens. Und ich habe keinen Schalldämpfer. Wieso zum Teufel habe ich keinen Schalldämpfer drin? Scheiße. Ich habe keine Aufsätze auf diese Waffe. Aber ich will keine andere Waffe nehmen. Sonst habe ich eine andere Tarnung. Oh, scheiße. Okay, es ist wieder 6 gegen 6. Ich mag es nicht so. Und schon wieder. Was ist heute? Heute ist der Host-Tag, Alter. Heute werden die Hosts gewechselt, Alter, wie meine Mädels. Ich war es. Schatz. Gut, ähm. Ja. Bin ich Host geworden? Hoffentlich. Oh, cool. Alter, ich mache es nur wegen der Tarnung, Alter. Ey, what the fuck? Wieso blinkt alles? Hallo? Hallo? Die Swat mit Rundpunkt, wie sie auch. Scheiße, der campt. Wieso campten hier alle? Oh mein Gott. Und es steht wieder 4 zu 12, ey. Es laggt auch ein bisschen. Mann, Alter. Scheiße. Fuck. Da campt einer oben auf dem Dach. Seh dich mal um. Mach mal den hier. Sorry, Digger. Das ist hart. Ein hartes Leben. Ich weiß. Oh, guck mal. Ich kann einfach von garthrollen, Alter. Er hat nichts gemerkt, Herr Spasti. Oh mein Gott. Ich sollte nicht so sehr trollen. Jetzt ohne Scheiß, weil das Ding ist. Dass, äh, die sonst wirklich noch gewinnen. Wo ist er? Ah, okay. Mein Team hat dann eliminiert. 9 zu 21. Teammates. Spiel mal besser, Alter. Pisst mich das an, Alter. Dass die nicht spielen können. Ernsthaft, ey. Immer wegen meinen Teammates verliere ich. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was hat er mich gekillt, Alter? Ich hätte wirklich geschrien, ey. Ich wäre richtig traurig gewesen in dem Moment. Oh. Was zum, diese Connection? Beste Connection ever, Fragezeichen? Wir hätten gleich wieder einen Hostwechsel. Da ist einer. Hinter mir, links von mir, rechts von mir. Überall. Wo ist er? Wo ist er? Ach, scheiße. Das lohnt sich jetzt nicht, ihm zu folgen. Jetzt ohne Scheiß. Ja, aber es geht, Digger. Wisst ihr, was? Mein Team verliert sowieso. Es hat gar keinen Sinn, besser zu spielen. Ich warte erst mal. Kommt einer hoch noch? Nee, ne? Was soll ich machen? Ich weiß gar nicht. Ich blende ihn mal. So. Yeah, Digger. Ja, was geht? Schau lieber hin, ob jemand kommt, Alter. Wenn nicht, Alter, kann es ziemlich schlecht enden für dich. Ohne Scheiß. Ja, Digger. Genau. Nice. Hast du dich umgesehen? Ah, diese Penner-Teammates, Alter. Wir lassen mich nicht mal ein bisschen Spaß haben. Bitte nicht killen. Das ist mein Sniper, okay? Nicht killen. Vielen Dank. Yeah, was geht, Digger? Ha? Wieder am snipen, ha? Hm. Ey, kill den. Aber was ist das, ist dein Teammate? Oh, das tut mir aber leid. Hier, nimm das. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. Ernsthaft? Alter Schwede, ist der dumm. Hab noch nie so einen dummen Sniper gesehen. Ernsthaft nicht. Wisst ihr, was wir machen, Alter? Wir killen den jetzt, ey. Okay, ich weiß zwar nicht, wie, aber okay. Weißt du was? Ich lege mich aber neben ihn. Weißt du was? Wir gehen beide selbst rum. Das hat keinen Sinn mehr. Bist du bereit? Okay, drei. Zwei. Eins. Ah, nicht geklappt. Hast du gesehen? Leider nicht geklappt, Digger. Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Ah, scheiße. Jetzt sind die am führen, Alter. Ach, Pico Bella Bistatia. Mama Mia. Mama Mia. Ja. So. Tak, tak, tak. Easy lock auf lock ich. Oh, scheiße, von hinten. Shit. Oh, das ist ein Sniper. Die spawnen hier immer, ne? Irgendwie ist das der bekannteste Spawnpunkt. Keine Ahnung, was da los ist, ey. Wer geht jetzt wieder an seinen Ort? Ist das dein Ernst? Natürlich, Alter. Ja, Digga. Alles wird gut. Oh, da ist ein Gegner. Bin ich hier. Ernsthaft nicht. Bin ich hier. Ernsthaft nicht. Oh, hi. Okay, Digga. Langsam wird es Zeit. Bam. Bam. Nice. Wo ist er hin, frage ich mich jetzt gerade. Oh, hat mich gesteckt, Alter. What the fuck? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, er wollte, er wollte, er hat mich gesucht. Die ganze Zeit schon. Haha. Oh. Hallo? Ah, was geht? Danke für den freien Kill. Aber wir verlieren sowieso das Spiel. Also brauchst du ihn mir nicht zu schenken. Behalt den Kill durch für dich, Digga. Ernsthaft, ich brauche ihn nicht. Ich bin es nicht wert, Digga. Ich bin es ernsthaft nicht wert. Oh, yeah. Oh, yeah. Easy, lock up, lock ich. Werden die spawnen jetzt alle hier wieder. Ich sollte mal hier warten. Wisst ihr was? Ich warte hier mal. Ich warte, er kommt gleich. 100% nicht. Pass auf. Pass auf, ich warte hier. 10 Sekunden. 1. Okay, wir haben gleich verloren. Scheiße. Hätte vielleicht geklappt. Oder nee, mein Team-Mate spawnt jetzt da. Ja, ich wusste, dass wir verlieren. Mein Team ist nicht in der Lage, nochmal zu spielen, Alter. Ah, an mir lag es nicht. Ich hatte ein 11 zu 3. Nice, Kill. Deswegen verliert man, Alter, einen Call of Duty, weil die alle campen. Hm. Auf jeden Fall, ne? Gut, das war's für heute. Und ich will mich herzlich für's zu Ende schauen. Und wenn's dir gefallen hat, vergesse nicht, das Video unten mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und, ja. Wie fandest du das, äh, diese Folge? Schreibt in die Kommentare. Und, abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und um nie wieder etwas auf diesem Kanal zu verpassen. Und, ähm, dann, sag ich wie immer nur noch 3, 2, 1. Ciao, ciao. Schrankstellen und anscheinend würde ich wissen, wer ich bin. Ich werde's mal austesten. Denn, ähm, Huuu.